Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Mein Name ist Stefan Kohlauser. Ich bin Lauf-Experte für Gigasport und ich zeige euch heute meine fünf Top-Produkte fürs Laufen. Das Gefühl mit einem neuen Laufschuh in eine Laufeinheit zu starten ist einfach etwas Besonderes. Aber welcher Laufschuh passt zu mir? Wettkampfschuhe bestehen aus einem dünnen, atmungsaktiven Mesh. Durch die Leichtigkeit ermöglichen sie einen dynamischen Abdruck. Eine höhere Sohle sorgt für ausreichend Dämpfung, Stabilität und Komfort. Die Zunge ist flexibel, ideal für lange Läufe. Neutrale Laufschuhe ermöglichen ein natürliches Laufgefühl. Zudem besticht das Design. Gerade bei der Bekleidung ist die Passform entscheidend. Mag ich es lieber eng anliegen oder bevorzuge ich den lockeren Lock? Zudem kann mein Gels, Schlüssel sowie ein Handy gut verstauen. Hier gibt es auch längere Versionen, welche bis zum Knie oder darüber gehen. Diese eignen sich perfekt für den Übergang. Was benötigt man noch, wenn man hoch hinaus möchte? Für ein leichtes Laufgefühl empfehle ich Kompressionsstrümpfe. Durch sanften Druck werden die Venen sowie der Bluttransport zum Herzen unterstützt. Lieber Wettkampf oder gemütlich? Eine Laufuhr sollte auf keinen Fall fehlen. Hier gibt es zahlreiche Top-Modelle. Dieser Unto Race verfügt über ein AMOLED-Display und ist dadurch gestochen scharf. Die lange Akkulaufzeit sowie Kartennavigation sind weitere drin. Die Polar Vantage V3 kann mittels Touch-Display sowie Tasten gesteuert werden. Das Silikonarmband ist sehr angenehm. Mittels Sensoren kann der Puls sowie die Schlafqualität bestimmt werden. Die Garmin 4Runner 965 besticht ebenfalls mit einem AMOLED-Display. Die Leichtigkeit ermöglicht ein angenehmes Tragekomfort. Ein perfektes Tool, um sich im Training zu steigern. Geschwindigkeit, Dauer sowie Streckenaufzeichnung gehören bei allen Modellen dazu. Zahlreiche physiologische Messwerte zeigen, ob du auch wirklich wieder bereit für das Training bist. Sportbrillen schützen uns vor UV-Strahlen und können uns vor einer Hornhautentzündung bewahren. Äußere Bedingungen wie Wind oder Pollen können abgemildert werden. Entscheide ich mich für ein schmäleres Sichtfeld? Möchte ich flexible Nasenbads? Liegen mir die Brillenbügel zu eng an oder kann ich sie auf Dauer tragen? Mit einem größeren Blickfeld lassen sich Konturen besser erkennen. Das Sichtfeld wird weiter nach außen gezogen. Mein Favorit Sportbrillen ohne Rahmen. Hier verfüge ich über ein komplett offenes Sichtfeld, die Bügel schmiegen sich hervorragend an und zudem ein echter Hingucker mit angenehmen Nasenpads. Viel Spaß beim nächsten Lauf!